Viele kulturelle oder gemeinnützige Einrichtungen haben tolle Ideen oder setzen sich für gute Dinge ein. Leider haben sie oft große Schwierigkeiten, ihre Message so zu verbreiten, dass sie richtig ankommt und auch von allen verstanden wird. Das liegt daran, dass ihnen häufig die finanziellen Mittel fehlen, um Design, Social Media Auftritte, Webseiteninhalte oder andere Dinge ihrer Öffentlichkeitsarbeit zu verbessern. Und genau hier kommt das Communication Camp mit seinen Teilzeithelden ins Spiel. Viele kreative Köpfe wie Webdesigner, Informatiker, Journalisten, PRler oder Fotografen treffen sich an einem zweitägigen Workshop, um verschiedene Kleinprojekte zu verwirklichen. Sie analysieren gemeinsam, an welchen Punkten die Kommunikation des Projektpartners verbessert werden könnte. Ist die Webseite verstaubt? Werden Social Media Kanäle bedient? Wie sieht eigentlich das Logo aus? Um all solche Dinge wird sich auf dem Camp gekümmert. In Kleingruppen wird getüftelt, geknipst, gekritzelt, geschrieben und geplant, um dann am Ende viele kreative Ideen in die Tat umgesetzt zu haben. Auf Ruhm und Geld können die Communication Camp Helden gerne verzichten. Die verwirklichten Projekte sind Lohn genug. Jetzt klappt's auch mit der Kommunikation nach außen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.